So, meine lieben Freunde, neues Hertha-Video gibt es jetzt hier. Es geht um verschiedenste Themen. Ich sage mal die Reihenfolge an, wie ich die Themen auch angehen werde. Matthäus Cunha, öfter stand ja schon mal ein Wechsel zur Debatte, auch im Sommer. Auch jetzt wieder von dem Ex-Hertha-Spieler. Das sollte uns schon interessieren, weil da gibt es ja eine Weiterverkaufsbeteiligung. Es geht nochmal um Dennis Undaff. Den hatte ich ja in meinem letzten Video euch so ein bisschen vorgestellt, weil der im Gespräch wohl war bei Hertha als neuer Stürmer für die Rückrunde. Da suchen wir ja wohl noch. Es geht natürlich wieder um den Hertha-Nachwuchs. Da gibt es ja immer am Anfang der Woche meinen Bericht. Wir haben die Jugendmannschaften so performt. und es geht um Björk Hahn, der eventuell in die Heimat zurückkehren könnte. Ja, für heute 21.30 Uhr ungefähr. Also nach dem Fußball, wenn ich zu Hause bin, gehe ich kurz duschen. Dann geht es direkt los. Solltet ihr nicht verpassen, wird ein legendärer Montag-Stream. Ich habe mir viele interessante Videos rausgesucht für den heutigen Montag-Stream. Und wir werden die Woche auch noch ein-, zweimal mindestens streamen. Und dann gibt es nochmal so einen Hertha-Doku-Tag. Aber es wird sehr, sehr toll heute. Ich freue mich auf euch. Wir hatten ja letzte Woche nur zweimal das Vergnügen. Deswegen freue ich mich sehr auf euch später. Lasst uns in die Themen reingehen. Matthäus Cunha mittlerweile 23, nicht bei der WM dabei, obwohl er A-Nationalspieler geworden ist, auch schon acht Spiele für die Brasilianer gemacht hat. Ja, der Wechsel zu Atletico Madrid, den hat er sich wohl anders vorgestellt, so wie es jetzt gelaufen ist. Klar fehlt er uns natürlich fußballerisch enorm. Auch jetzt weiterhin so ein Zehner, so eine hängende Spitze, der den letzten Pass spielen kann, der der Ballverteiler ist, der eine unglaubliche Technik hat. Den könnte man jetzt gebrauchen. Aber wir brauchten damals das Geld. So haben wir ihn für rund 26 bis 28 Millionen. Da sagen verschiedenste Quellen was Unterschiedliches abgegeben. Plus etlichen Modalitäten in dem Verkaufsvertrag. Unter anderem eben einer Prämie. Die haben wir dann bekommen, weil Atletico sich mit ihm für die Champions League qualifiziert hat. Da haben wir nochmal vier Millionen oben drauf bekommen. Da hat unsere Kasse schön geklimpert. Und dann soll es ja wohl auch eine Verkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent geben. Und nachdem er im Sommer schon ein paar Mal vorm Wechsel stand, auch damals gab es ja schon, als er noch bei uns war, Gerüchte, als er dann aber zu Atletico gegangen ist, von Leeds United, jetzt ist wieder ein Premier League-Klub an ihm interessiert. Und zwar die Wolverhampton Wanderers, die Wolves, der letzte der Premier League-Tabelle. Und laut Fabrizio Romano, dem Transfer-Experten schlechthin, sind da die Gespräche auch schon relativ weit vorangestritten. Man will sich da immer noch weiter einigen. Matthias Cunha hat sich eigentlich unter Diego Simeone bei Atletico Madrid nie wirklich durchgesetzt. Er hat 54 Pflichtspiele gemacht, sieben Tore, acht Vorlagen. Ich glaube, dieses Jahr in der Liga noch gar kein Tor, zwei Assists gemacht. Ja, und kommt da über die Joker-Rolle nicht raus. Sie haben natürlich auch ein ziemlich dickes Angebot, wobei ja auch teilweise schon vermutet wurde, Jao Feliz auch zum Verkauf steht. Also ich glaube, man will da auch nach Corona-Zeiten ein bisschen schlanker agieren. Die haben ja auch sehr, sehr hohe Gehälter, die sie zahlen. Nicht nur an den Trainer, der ja einer der Bestbezahlten der Welt sein soll, sondern eben auch, was sie an Ablösesummen und so weiter bezahlt haben. Und Cunha wäre wohl jemand, den sie gerne abgeben würden. Sein Marktwert ist laut Transfermarkt.de, seit er zu Atletico gewechselt ist, jetzt auf 20 Millionen Euro geschrumpft. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Aber es liegt halt einfach daran, dass er keine Spielpraxis sammelt. Und eigentlich ein bisschen eher so wie bei RB Leipzig ist. Da war er auch ein guter Kicker, aber kam eben über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. Trotzdem will Atletico Madrid für ihn wohl weiterhin 35 Millionen kassieren. Ob das realistisch ist, ist die Frage. Andersherum, wenn englische Klubs, selbst wenn es Abstiegskandidaten sind, einen Spieler haben wollen und davon ausgehen, dass er sie verbessert, dann ist auch für die Wolves 35 Millionen jetzt nichts, was man nicht bezahlen kann und nicht bezahlen will. Das Geld sitzt da ja locker. Wissen wir, sehen ja immer wieder mal. Ich glaube, die Wolves haben auch im Sommer erst einen Spieler für 50 Millionen gekauft. Oder ich verwechsel es jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Oder war es Leeds? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendein Team, was man auf jeden Fall in der unteren Tabellenhälfte einordnet. Und von daher nicht komplett unrealistisch. Was für uns bedeuten würde, wenn es wirklich diese Weiterverkaufsklausel gibt, nochmal dreieinhalb Millionen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Sucht euch mal ein paar Spieler raus aus unserem Kader, für die wir noch dreieinhalb Millionen Ablöse jetzt generieren könnten. Das heißt, wir kriegen einfach als Zusatz relativ zeitnah, wenn er jetzt in so einer Höhe wechseln sollte, echt nochmal einen guten Bonus, ohne dass wir jetzt dadurch einen Nachteil haben, weil der Spieler ist ja eh seit anderthalb Jahren weg. Wäre für uns schon sehr, sehr attraktiv, gerade weil wir ja eben auch selber noch jemanden suchen. Die Wolves haben halt ein Problem, weil sie haben Kalajcic verpflichtet im Sommer als die Sturmhoffnung. Der hat einen Kreuzbandriss, fehlt auch weiterhin. Dann hatte man kurzfristig den noch zwischenzeitlich vereinslosen Diego Costa geholt. Damals hatte sich ja schon die Frage gestellt, ob das überhaupt zum Spielstil der Mannschaft passt, die ja mit sehr, sehr vielen Portugiesen bestückt ist. So ein großer Stürmer, der auf Flanken setzt, weil die eigentlich nicht zwangsläufig das Team sind, das auf Flügelläufe und dann Flanken setzt. Vielleicht auch gerade deswegen Mateus Kunia interessant, weil wenn man ihn jetzt im Sturm einsetzen will, ist er ja ein völlig anderer Stürmertyp als ein Kalajcic oder auch ein Diego Costa, der viel mehr über die Technik kommt, der sich Bälle auch mal hinten abholt, der in Eins-gegen-eins-Situationen geht und der auch viel durch die Mitte spielen kann und möchte. Von daher könnte es passen. Es könnte auch passen, weil er unzufrieden ist. Es könnte auch passen, weil sehr, sehr viele Portugiesen bei den Wolverhampton Wanderers spielen. Und ja, er ist ja nun mal Brasilianer und kann Portugiesisch. Also passt schon vieles zusammen, wie gesagt, wie attraktiv das auch für einen Kunia sein soll, außer jetzt vielleicht monetär gesehen, wo er wahrscheinlich gar nicht viel weniger verdient als bei Atletico, ist die Frage, weil sportlich gesehen, die sind Letzter auf Platz 20, haben acht Tore in 15 Spielen erzielt. Ligaweit der schlechteste Wert, also im Schnitt ungefähr jedes zweite Spiel mal ein Tor. Das soll natürlich mit Kunia dann besser werden. Haben auch nur, wie viele Punkte haben sie, zehn Punkte. Und damit auch schon vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, was jetzt nicht unerreichbar ist, aber vier Punkte Rückstand auf den FC Everton auf Platz 17. Ja, müssen wir mal schauen, ob das passiert. Uns kann es ja am Ende egal sein, wo er hingeht, wobei ich ihn immer schon gerne noch ein bisschen verfolge, weil ich ihn als Typ einfach mag, als Spieler mag und ihm auch so ein bisschen das Beste wünsche. Aber umso mehr Geld da fließt, desto besser für uns. Und von daher wäre ein Wechsel in die Premier League für uns, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, Undaf. Undaf hatte ich ja ein Video Freitag gemacht. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, falls ihr es verpasst habt. 26-jähriger Mittelstürmer von Brighton, in Deutschland geboren, hat auch türkische Wurzeln. Interessanter Karriereweg über MSV Meppen, über, wo war er dann? Ich glaube in Belgien. Oder, ja, in Belgien war er dann bei Charleroi und ist dann nach England zu Brighton gewechselt. Sehr, sehr interessant. Allerdings bei Brighton noch nicht erfolgreich, muss man sagen. Und jetzt stand ja zur Debatte, dass Hertha an ihm Interesse hat. Ich glaube, da kommt Ben dann nur eine Laie in Frage, weil der natürlich bei Brighton viel verdienen wird und auch einen relativ hohen Marktwert von 6 Millionen hat. Ich glaube nicht, dass man da noch einen Stürmer jetzt in dieser Größenordnung kauft, wo man gar nicht weiß, ob er in der Bundesliga performt. Auch wenn er in Deutschland schon gespielt hat, in der Bundesliga hat er noch nicht performt und auch in England trifft er ja nicht. Also seine erfolgreiche Zeit war tatsächlich in Belgien. Da hat er wirklich krasse Statistiken. Oder auch bei uns in der dritten Liga. Bei Eintracht Braunschweig hat er, glaube ich, auch mal gespielt. Aber in einer ersten Bundesliga oder in einer ersten Top-Liga hat er ja noch gar nicht nachgewiesen, dass er Top spielt. Von daher eher realistisch, dass er ausgeliehen wird. Auf jeden Fall berichtet der Stern heute Nacht, dass eben auch Gelsenkirchen und der 1. FC Köln Interesse haben. Gelsenkirchen wohl deutlich mehr noch als der 1. FC Köln. Er soll wohl, also Undaf soll wohl selber sogar S04-Fan sein. Also vielleicht kommt da wirklich eine Laie in Frage. Ja, ich halte ihn, wie gesagt, von der Statistik her für einen guten Spieler. Die Frage ist wirklich, wie performt er in der Bundesliga? Also kaufen kann man den auf gar keinen Fall. Er wäre erstens viel zu teuer und viel zu risikobehaftet. So Katze-im-Sack-Style. Schauen wir mal, ob er wirklich in die Bundesliga wechselt und wenn ja, zu wem. Ja, kommen wir zum härter Nachwuchs. Wir wollten ja eigentlich zusammen, wir hatten ja am Samstag ein cooles Freundschaftsspiel gegen die Jungs von 1892 Hilft und Friends gegen Felicio & Community, was 13 zu 11 für 1892 Hilft endete. Allerdings muss man auch ehrlich sagen, die hatten wahnsinnig gute Verstärkung, werdet ihr dann im Video sehen. Und vorher wollten wir ja eigentlich geschlossen, und ich hatte ja auch nochmal gefragt, wer kommt alles zu Hertha 2 gegen BRK, zum Heimspiel von unserer U23 gehen gegen BRK, die dieses Jahr ja absolut um den Aufstieg, zumindest jetzt, stand jetzt, noch mitspielen, spielen, da oben in der oberen Tabellendritte auch stehen. Aber das Spiel wurde leider abgesagt aufgrund Unbespielbarkeit des Platzes. Wundert mich ein bisschen, weil sehr matschig war es jetzt eigentlich nicht. Gut, es war jetzt kalt, es war frostig, aber war jetzt nicht so, als dass man aus meiner Sicht hier Spiele absagen müsste. Aber gut, ich habe mir den Platz nicht angeguckt, vielleicht wollten sie ihn auch nicht kaputt machen. Auf jeden Fall sehr, sehr schade. Mal gucken, wann es nachgeholt wird. Ich hätte es mir gerne angeschaut, vielleicht auch ein paar von euch getroffen. Aber unsere U19 hat gespielt. Unsere U19 hat gespielt gegen Viktoria und zwar mit 4 zu 1 gewonnen und getroffen haben zum 1 zu 0 Masa, der hat sein fünftes Saisontor erzielt. Pepe Mendes in der 29. Minute ebenfalls sein fünftes Saisontor. Benze Dardai, der ist ja noch so jung, der könnte auch noch in der U17 spielen, hat getroffen, sechstes Tor und nochmal Mendes zum 4 zu 0 in der 78. sechstessaisontor. Damit ist Hertha weiterhin auf Platz 1 auf Erfolgskurs. Am 11. Spieltag 41 zu 11 Tore, auch wahnsinniges Torverhältnis. Plus 30, 28 Punkte, immer noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Verfolger Dynamo Dresden. Die haben nämlich 25 Punkte. Und ja, dann sieht es da auf jeden Fall ganz gut aus. Da können wir uns weiterhin Hoffnungen machen, dass unsere U19 um den Titel mitspielt, zumindest mal in der Staffel Nord-Ost Erster wird und dann vielleicht wieder in der Meisterschaftsrunde, wie man es ja bei der U19 nennt, auf einen anderen Top-Kandidaten trifft. Und dieses Mal vielleicht gewinnt, nicht wie letztes Jahr, wo wir gegen Dortmund dann leider verloren haben. Ja, unsere U17 war auch wieder erfolgreich. Auch da gibt es einen absoluten Aufwärtstrend, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben gegen Hannover gespielt, den 16-platzierten der B-Junioren Bundesliga Nord-Ost und haben mit 2-0 gewonnen. Beck Demir mit dem ersten Tor, neuntes Saisontor schon und Berlomo hat ebenfalls getroffen, viertes Saisontor in der Tabelle, befindet sich Hertha jetzt auf Platz 3. Dazu muss man aber sagen, es ist sehr, sehr eng in dieser Tabelle und Hertha hat ein Spiel mehr als die meisten Mannschaften. Wir haben jetzt 13 Spiele, 35 zu 19 Tore, 23 Punkte. Hannover ist, wie gesagt, direkter Gegner. Obwohl die tabellenmäßig so weit auseinander sind, ist es punktemäßig gar nicht so weit. Also hätte Hannover jetzt gewonnen, wäre nur noch ein Punkt Unterschied gewesen. War eigentlich ein 6-Punkte-Spiel. Hannover ist auf dem 16. Das ist der erste Abstiegsplatz in der Liga und hat 16 Punkte. Wir haben 23 Punkte und 35 zu 19 Tore. Können da aber von Platz 3 auch ganz schnell wieder weiter nach unten rutschen und auch, sag ich mal, um den Platz 1 mitzuspielen, trotz jetzt einer tollen Serie, die wir hingelegt haben, nachdem wir ja anfänglich schon wirklich fürchten mussten, dass Hertha das U17 hier sogar noch absteigt. VfL Wolfsburg ist erster. Die haben 33 Punkte. Aber wie gesagt, nichts ist unmöglich. Hertha da absolut mit Rückenwind. Jetzt scheint es zu fruchten. Da gab es ja auch einen Trainerwechsel vor der Saison. Vielleicht hat es einfach ein bisschen gedauert. Auf jeden Fall kommen sie jetzt in Fahrt. Und solange wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist ja für dieses Jahr erstmal alles gut. Trotzdem will man natürlich langfristig auch da weiterhin um Titel mitspielen. Ja, dann gibt es noch ein Gerücht von jemandem, der bei Hertha noch nie glücklich geworden ist, wo sich jetzt schon die Gerüchte darüber vereinen, ob der überhaupt noch mal für Hertha spielt. Die Rede ist von Frederik André Björk Hahn. Der junge Mann aus Norwegen kam letzten Winter ablösefrei. Von Bodo Glimt hat sich unter keinem der dann drei Trainer durchsetzen können. Korkut hat es ein bisschen mit ihm versucht. Allerdings war auch damals schon die Frage, was ist jetzt der Plan? Soll der in zwei Jahren dann irgendwann mal Plattenhart und Mittelstädt ersetzen? Wollte man ihn einsetzen und im Sommer schon Mittelstädt und Plattenhart verkaufen? Man hatte auch noch einen Ulrich in der Hinterhand. Was war jetzt der Plan? Auf jeden Fall, vor dem Sommer hat man sich dann entschieden, ihn auszuleihen. Feyenoord Rotterdam hatte Interesse. Ich habe schon oft genug gesagt beim Leihspieler-Check. Er hat ein Spiel gemacht. Das war gleich das erste 69 Minuten auf der linken Verteidigerseite. Danach nie wieder. Und am Ende war er nicht mal mehr im Kader bei Feyenoord. Und ja, da gab es öfter mal schon die Gerüchte, dass die Leihe abgebrochen werden soll. Auch aus Feyenoords Sicht, weil sie keine Verwendung für ihn haben. Also es ist schon sehr, sehr hardcore, muss man wirklich sagen. Auch wenn Feyenoord natürlich ein Top-Team ist, spielen die ja trotzdem in der Liga, wo man sagt, die sind tendenziell ein bisschen schwächer. Und die haben ihn ja ausgeliehen, weil sie anscheinend Bedarf hatten auf der linken Verteidigerseite. Und wenn man jemanden ausleiht und der steht dann nicht mal im Kader, sagt das schon sehr, sehr viel aus. Wie gesagt, bei Bodo Glimt war er echt gut. Und die haben jetzt auch wieder Interesse an ihm. Die Frage ist, was für ein Transfer könnte da zustande kommen? Als wir ihn damals geholt haben, ablösefrei, war sein geschätzter Marktwert bei rund 3 Millionen. Jetzt beläuft sich sein geschätzter Marktwert noch auf rund 1,5 Millionen. Hat noch bis 2026 bei uns Vertrag. Also die Vertragslänge wird nicht dazu führen, dass wir eine geringe Ablöse kriegen. Die Frage ist nur, was kann Bodo Glimt zahlen und was wollen die zahlen? Die sind mal wieder international vertreten gewesen. In der Europa League sind sie aber nur Dritter in ihrer Gruppe geworden. Dementsprechend spielen sie jetzt in den Playoffs der Conference League. Also sie verdienen jetzt nicht unfassbar viel Geld, aber sie bekommen ein bisschen Geld. und können sich dann dementsprechend auch verstärken. Sie spielen gegen Lech Posen in der Playoff-Runde. Er hat ja bei ihnen schon mal super funktioniert. Hat sich da ins Rampenlicht quasi von europäischen Klubs gespielt und ist ja da auch zum norwegischen Nationalspieler geworden. Ein Nationalspieler hat acht Spiele gemacht. Seitdem er jetzt bei Hertha war, läuft es auch da nicht mehr so richtig, weil er bei uns einfach die Spielpraxis nicht hat. Die Frage ist jetzt, was kann Bodo Glimt und was wollen sie zahlen? Ich glaube, am realistischsten wäre auch da, man bricht jetzt zum Beispiel die Laie mit Ferien Nord-Rotterdam ab und dann gibt es eine Laie mit Kaufoption zu Bodo Glimt. Entweder ein halbes Jahr mit Kaufoption oder gleich anderthalb Jahre mit Kaufoption. Für uns wäre natürlich, wenn Laie mit Kaufoption attraktiver, ein halbes Jahr mit Kaufoption und dann die Kaufoption ein bisschen höher zu legen. Und wenn sie zufrieden mit ihm waren, können sie ihn dann entweder die Kaufoption ziehen oder neu verhandeln. Ich glaube, wenn wir ihn jetzt im Winter abgeben, selbst an einem Verein, wo er schon mal funktioniert hat, der Verein, der ihn als einer der wenigen Vereine vielleicht auch noch unbedingt haben will, ich glaube nicht, dass man da viel mehr bekommen kann als diesen geschätzten Marktwert von 1,5 Millionen. Ich würde eher schätzen eine Million, wenn es überhaupt hochkommt. Aber das werden wir sehen. Ich glaube, am Ende wird es eh auf eine Laie hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass sie nach einem Jahr, wo er nirgendwo funktioniert hat, ihn direkt zurückkaufen, nachdem sie ihm ablösefrei abgegeben haben. Also schauen wir mal, was da passiert. Es kann sich ja auf der Abgangsseite bei Hertha noch einiges tun. Auch wenn das jetzt für uns natürlich nicht direkt einen Vorteil bringen würde, es sei denn, man verkauft ihn. Weil wenn die Laie abgebrochen wird, wird tendenziell eher, vielleicht muss vorhandelt werden, ein bisschen weniger von der Leihgebühr bezahlt, die Feyenoord hätte eigentlich aufbringen müssen. Er wäre dann bei uns wieder im Kader, wenn man eine Laie abbrechen würde überhaupt und müsste für ihn Geld bezahlen. Das Einzige, was uns jetzt kurzfristig was bringen würde, wäre wirklich Laieabbruch und direkter Verkauf an Björkern, was wie gesagt wahrscheinlich nicht passieren wird. Für mich auch eine weitere Frage, was ist jetzt generell die Planung auf der linken Verteidigerposition? Also ich meine, so lange ist es nicht mehr hin, dann laufen die Verträge von Platte und Mitti aus. Was ist denn jetzt der Plan? Will man mit einem verlängern, verlängert man mit keinem, verlängert man mit beiden? Was ist überhaupt, wenn du mit beiden nicht verlängerst? Dann ist nur noch Ulrich da und der wird ja wahrscheinlich auch gehen. Was machen wir denn dann, wenn Ulrich dann auch noch gehen sollte? Dann bleibt ja nur noch Björkern. Hat man schon einen neuen Linksverteidiger in der Hinterhand? Wie genau ist der Plan? Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wie Björkern damals angeteasert wurde von Bobic. Gut, der kam ablösefrei, da kannst du nicht viel falsch machen. Aber ich weiß noch genau, so drei Monate bevor Björkern kam, hieß es, wir haben einen sehr, sehr talentierten jungen Mann, schon sehr, sehr lange im Visier für die linke Verteidigungsseite, für die linke Außenverteidigerposition. Und da waren natürlich auch meine Hoffnungen groß, dass da jetzt jemand kommt, der auch internationale Erfahrungen hatte. Klar, der hat in der norwegischen Liga gespielt, aber war auch Nationalspieler. Da waren meine Hoffnungen groß, aber bisher hat er leider nirgendwo überzeugen können. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Würdet ihr auf Björkern überhaupt setzen? Also was würdet ihr denn jetzt machen? Ja, Ulrich würde ich eigentlich am liebsten halten, aber ist für mich unrealistisch. Wen würdet ihr halten von den vier Leuten? Also lassen wir mal Ulrich weg. Björkern, Mittelstädt und Plattenart oder alle drei oder gar keinen? Und wen würdet ihr neu verpflichten? Würde mich mal interessieren. Und ansonsten sehen wir uns nachher bei Twitch. Ich freue mich auf euch. Guten Start in die Woche. Macht's besser? Macht's besser! Haui und ciao! Haui und ciao!